Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video in BFA. So, mit meinem Jäger. Wir haben ja letztes Mal hier aufgehört. Und wir werden jetzt hier rüber gehen. Wir haben ja hier unten hier noch Auge von Aaskralle. Hier haben wir jede Menge zu tun. Hier unten ist noch Horn von Banta und Durrn, der Nimmersatte. Sollten wir eigentlich auch gut hinkriegen. Ich denke mal, das arbeiten wir jetzt, also einen Teil davon arbeiten wir jetzt auf jeden Fall ab. Ich würde fast sagen, wir machen jetzt erstmal die Großwildtierjagd fertig. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal Aaskralle besuchen. Der fliegt ja da vorne irgendwo rum. Meist ist er ja hier am rumkreisen in der Luft. Na, guck mal für den Inji. Gucken wir mal. Woher hier, ne? Der war, glaube ich, eher hier. So. Das sind die großen Vögel. Da ist Aaskralle. Den brauchen wir. Den brauchen wir, den wollen wir. Den holen wir uns jetzt auch. Tierchen ran. Wo sind jetzt die großen? Da fehlen wir dann, also wir müssen genau drei Stück davon holen. Und dann kommt, glaube ich, der letzte. Und dann haben wir hier die Vögeljagd auch erledigt. Weil da brauchen wir da hinten nicht immer hin. So, Nummer eins. Dann ist hier... Da. Da ist es. Das Talbuk. Das Tier. Was gehen wir da hin? Funfact. Hier unten ist irgendwo ein astraler Händlerlager. Das sage ich deshalb, weil, wenn man da den Ruf macht, bei dem Konsortium, kann man nämlich... Hier steht einer auf der Wiese, ne? Ja. Da kann man nämlich, kann man nämlich, ähm... Edelsteiner. Man bekommt von ihm Edelsteine hin. Ah, jedes Mal. Ach, da ist er doch. Genau, die ich brauche. Einmal aus dem Weg gehen, weil er rammt ja rum. So. Ja, komm. Wir sind zwar überall Luftelementare. Das interessiert uns jetzt aber gerade nicht. So, den haben wir auch. Und jetzt müssen wir nach unten fliegen. Weil, das Grollhof ist hier. Aber wir können aber Dorn auch gleich mitmachen. Ich weiß nur nicht mehr, war das eine Elite? Oh, ich glaube, wir können es aber trotzdem probieren. Das wäre ja nicht der erste Elite, den wir über einen Haufen metern. Das war Erz. Das wäre nicht der erste. Ich habe auch eine ganz persönliche Erinnerung, PC, an diesen Felsen, an Oren Dorn. Ne. Ne, nicht Oren Dorn. Wie heißt das Ding? Das Ding heißt... Anders. Weil, hier gibt es... Die leeren Elementare. Und diese Elementare brauchte man... Also, ich habe ja damals getankt mit meinen Ruiden. Und ich brauchte halt Lederklamotten. Und für ein Rezept aus Sunwell, brauchte ich halt leeren Artikel. Oder leeren Teile. Bedeutet, ich habe stundenlang... Wirklich, stundenlang habe ich hier... Bin ich hier im Kreis gelaufen und habe... Ne, das ist auch nicht... Ich glaube, das ist ein großer Grauer, den wir brauchen. Ich habe diese Sachen gefarmt und gefarmt und gefarmt. Das hier sind die normalen, die kleinen. Wir suchen den großen. Das ist auch nochmal Erz. Das ist ein großer Grauer Rollhof, den wir brauchen. Ne. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich brauchte. Zwölf. Es war nicht wenig, was wir holen mussten. So, Dörn ist ein großer... Gealterter Rollhof? Ne, sei das auch nicht. Ja, man muss halt ein bisschen suchen, bis man das Rollhof und bis man Dörn gefunden hat. Ich meine, Dörn ist nicht zu übersehen. Das ist ein riesiges Ding. Aber der Grollhof ist halt... Da muss man schon ein bisschen durch die Gegend fliegen manchmal. Je nachdem, wie viele Leute. Im Moment ist ja sehr viel los. Das bedeutet, man muss halt... Man muss halt... Schon... Aber wenig... Durch die Gegend eiern. Man muss es auch nicht... Um halt die Viecher zu finden. Wollte ich zu niedrig gehen? Die... Vom Konsortium. Irgendwo steht der, glaube ich, auch gleich... Da ist er doch. Panther. Ach, ich dachte, der wäre grau. Ne, der ist rot. Welcher war denn grau? Dann vertue ich mich jetzt mit dem Alec. Weil das müssen wir ja gleich auch noch machen. Wollton ist nicht da. So, den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Summer? Aber wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir den natürlich mit. Wo ist er? Kannst dich nicht verstecken. Du bist so ein Riesending. Ich glaube, hier oben ist das Alec, ne? Ja. Da ist das Alec. Ja, der ist gerade irgendwie nicht da, ne? Der läuft meistens hier am Rand irgendwo. War mir auf jeden Fall so. Sozium. Ansonsten bringen wir die Dings erstmal weg. Müssen sowieso nochmal hier runter. Wir müssen sowieso nochmal hier hin. Irritierte mich gerade ein bisschen. Ich meine, wenn es gar nicht geht, wenn wir den gar nicht finden. Der hat eine ziemlich lange Respawn-Zeit. So wie alles eigentlich im PC. Das haben sie nie angefangen. Manche Sachen spawnen so schnell. Und andere Sachen stehst du dir ja... ...die Füße in den Bauch. Naja. Naja. Jetzt schon. So. Automatisch fliegen an. Anvisieren. Ich meine, am... Am... ...Tronen der Elemente haben wir ja auch noch jede Quest. Jede Menge Quest. Die hatten wir ja nicht angenommen. Wir haben nur die eine Quest dahin gebracht. Aber wir sind ja immer noch hier. Wenn wir hier fertig sind, gehen wir noch da. Wobei ich denke, wenn wir hier fertig sind, geht's... ...geht's hier raus. Geht's weg. Sind wir fertig. Die BM ist veraltet. Ja. Wie sehen wir? Wann ist es mal nicht veraltet? Da kommen so viele Updates manchmal. Was kann ich für euch tun? So. Bitteschön. Dankeschön. Uh. Epik. Dankeschön. Das Licht sei mit euch. Das Licht sich für euch. Guck mal. Die können wir sogar anziehen. Die Handgelenke. Und die Schuhe auch. So. Jetzt bist du noch die... Bringt das Herz von Zahna. Genau. Das ist jetzt hier. Mögen eure Reisen sicher sein. Ach, Johanna. Jetzt müssen wir das... ...dat Alec holen. Ach, nee. So, Käffchen. Ich glaube, mit den Berufen kommen wir... ...kommen wir nicht mehr ganz so weit hier. Ich habe zwar noch ein paar Partikel. Und ein bisschen Erz. So ein bisschen hier. Teufelseisen. Was ist das andere? 37. Müsste ich wahrscheinlich aktiv Erz fahren. Um das noch fertig zu kriegen. Das kann ich aber alles später nochmal machen. Wisst ihr ja selber, wie da mir berufen ist. Gerade bei diesem schnellen Level. Und was ich mir unbedingt für die Zukunft mal vornehmen muss. Ist meine... ...meine ganzen... ...Account gebundenen Klamotten aufzuwerfen. Ah, um mal erstmal den. Damit der nicht auch noch mit da reinkommt. So. Ran an den Bullen. Oh, oh, oh. Wie nicht spottbar. Der ist ja wohl. Ach, guck mal, da ist er. Nehmen wir den auch gleich noch mit. Ach, bitte. Nicht schon wieder. So, da ist er wieder. Das war jetzt ein Mega-Freeze. Ich musste das Spiel einfach beenden und wieder neu starten. Diesmal war es kein Internet weg. Sondern es war einfach nur ein Freeze. Naja. Werden wir es schaffen. Die Alpha ist coming. Man merkt. So, wo ist jetzt der Dicke? Der war ja gerade noch da. Den würde ich jetzt ganz gerne auch noch mitnehmen. Ja, wo laufen sie denn? Ja, wo ist er denn? Das ist wahrscheinlich jetzt weggelaufen. Wir können auch stehen bleiben und warten. Komm, wir laufen mal andersrum. Mann, 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 Mann. Ich glaube, hier questet auch gerade jemand nach. Oder der farmt. Man weiß es nicht. Dadurch, dass hier so viele Leute da sind, kann man ja wieder alles farben. Man sieht halt sehr viele große, auch in den alten Gebieten. Hier war er gerade beim Freeze. Hier kam er gerade lang gerannt. Ja dann. Der läuft ja, glaube ich, ziemlich weit am Rand. Hallo, bist du noch da? Oder muss ich jetzt wieder warten? Oder hat sich der große Druide gerade weggehauen? Da ist der große Grollhuf. Da ist er. Das hol ich mir mal eben. Mann, 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 Mann. Ansonsten. Ja, was soll ich sonst machen? Warte mal, ich bin ja gestorben. Anit, noch ein Flash hier. Ganz wichtig. Dann gucken wir mal, wo er ist. Ansonsten stelle ich mich wirklich einfach hier hin und warte, bis er kommt. Das würde ich dann aber offline machen. Das heißt, ich würde die Aufnahme ausmachen. Und würde dann erst wieder anmachen, wenn er da ist. Könnten wir auch machen, ne? Damit ihr dann seht, wie ich an dem sterbe. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nichts draufgeklickt gehabt. Okay. Ich meine, der war Elite, ne? Ich meine, das war eine Elite. Aber muss ich nicht sowieso nochmal hier hin, wegen der Elemente haben? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja, dass ich nochmal hier hin muss. So, jetzt gehen wir nochmal hier gucken. Ansonsten geben wir mal eben die Waffe von dem Alec ab. Und gehen dann später zurück und machen den Typen. Weil jetzt die ganze Zeit hier rumstehen und warten und warten und warten. Ist hierfür auch nicht, war ich auch nicht so tolle, ne? Ah, hier war er eben. Das ist, glaube ich, gerade respawnt. Ja. Wow. Ach, guck. Bringen wir das Ding weg. Machen wir das später. Wir sind doch gerade bei uns im Discord am schnacken. Weil, ähm, weil, 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 die Fehler seit dem letzten Update halt doch vermehrt aufgetaucht sind. Das heißt, Abbrüche, Rashes, Battle Letdown, Freeze. Das sind die typischen Anzeichen, wenn es auf neue SetOn-Aktion geht. Vertraut mir über die Jahre. Ne? Und, für diejenigen, die auch vorhaben, Alpha-Beta zu spielen, gewöhnt euch dran. Ne? Da fehlt jetzt eigentlich nur noch was durch die Map fallen. Wobei, wir haben ja in der einen Augenklaue gesehen, im Stream gesehen, wie meine Treppe weg war. So was zum Beispiel. Das passiert dann auch. So. Ich würde dann sagen, gehen wir das mal hier ab. Und dann machen wir wieder. Nings. Wir beide, wir treffen uns hier immer wieder, ne? So. Das ist ein großer Druide. So, das haben wir. Ist die besser wie meiner? Alles klar. Na, haben wir das. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück in die Basis. Erholen uns hier ein bisschen. Und ich muss dann mal gucken, ob das nächste, was ihr dann seht, ein Video oder ein Stream ist. Ihr werdet es sehen. Frühzeitig. Ich hoffe, wir werden dann weniger Crashes über den Stream kommen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.